Hallo Hacking Freunde, heute werde ich in Random Among Us TeamSpeak Channel joinen und die Leute dort trollen mit Hacks, wie zum Beispiel, dass ich deren Account übernehmen kann und es so aussieht, als würden die hacken und nicht ich. Ja, wird ziemlich lustig, viel Spaß! Ja, wird ziemlich lustig. Yes. Oh, einer tot. Huch. Hilfe, ich bin tot. Mager! Mager, süchtig? So, okay, was? Was jetzt? Erzähl mal. Wer ist überhaupt Mad Mad Max? Das war kein The Reporter, das war ein Weibchen, das war ein Weibchen, das war ein Weibchen. Wer ist Max? Ja, wieso war das jetzt? Ja, keine Ahnung. hä 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 ich kenn mich grad gar nicht mehr aus hä 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 Max? ja? ja was ist Max? also für die Aktion gleich rausvoten ma hax das war missklick, war missklick so gewoten ah ja missklick ah ok ich skippe einfach was sonst der darf einfach ah nein also digger das war ich ja missächtig das warst du wieder ahhh digger alles klar hä wie geht das überhaupt wieder Max hat ne emergency ist da nicht ne cool drauf für 30 Sekunden? ich will diese Aktion ins Auge ja das ist ne Lüge bros Max du bist nicht lustig Wolltest du noch mal die Tars anfichern oder was? ich skipp jetzt noch aber digger wenn du jetzt noch mal machst dann hast du Probleme digger digger ist ja wie Subway Zed digger wer ist Subway Zed? ja digg da wer ist Subway Zed? wer ist Subway Zed digger? ein YouTuber digger echt? was? kann man von dem klicks abgreifen? hä Subway Zed? ja iso wer ist denn das? mute Minecraft hacker ja ah perfekt also so digger so digger ah nein es war wir Max digger du bist so digger ich war hack hast du an Max hast du an also das ist halt viel Gerücht Max jetzt mal real talk also ne also er wirds wahrscheinlich nicht sein aber trotzdem raus ich glaub wir haben glaub ich nen Hacker in der Runde das kann sein irgendwie also ich bin wirklich nicht Jooooooo war ein steuerliger Kodum ja ich wohne jetzt rot alder ich wohne auch rot digger ich hab nichts gemacht digger ja wow wie freck die eine ist direkt tot dann will er vielleicht damit reden oder das Leben ist also also beim ersten mal war ich so aber der Rest digger ich glaube digger oh we actually was haben ey wenn das hier hinter dir ist das Mikrofon du brauchst das da fliegt er ja scheiße die Anzeige ist raus und ich 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 grün hat gerade vor meinen augen bin getötet einfach und hat sich selbst reportet einfach in electrical gesehen ja kolli du bist auch du standst nämlich oben rechts in der ecke ist ein weiß und braun vertraut mir das aber ist alles klar was ich hab grad die task gemacht wo man die drei die drei tretener und dann auf der rechten seite zu klicken muss an der richtung richtigen und das neben dir jemand gewendet ist und unter dem leichen lag das ist ja ich hab so ich sag's jetzt ich sag's bis jetzt ich habe eindeutig grün gesehen ich wollte grün also dunkelgrün dunkelgrün ganz wichtig dunkelgrün nicht hellgrün und ja so sieht es aus der hat gekillt und self-reportet man elektrical nein ich bin nicht bitte voted braun ihr sieht also wenn es nicht er ist dann ist es braun tatsächlich aber so wie ja ihr könnt mir beim nächsten mal wortet mich raus wortet mich raus beim nächsten mal ich bin es nicht und das ist halt no joke schon eine harte unterstellung na also das braun ist es echt verständlich aber nein das neuket keine ahnung was du bist so äh hellgrün kannst du bitte voten ja mach ich danke ich komm gleich wieder hier rein meine ich bin ja ich bin okay was soll das denn wer hat das ist das ja warum hast du uns gekickt ich bin okay da war ich einmal mit wir mit zoro in kaps zwei junge und aelfe und wer hat denn er gekickt was soll das denn denn du hast du dir gekickt und du kannst ach okay wer macht neulobby Ist Handy-Gamer eigentlich hier drin? Ich glaub das ist die Pack nämlich. Ja stimmt, Handy-Gamer, der war Spätzung im Saal. Halt's Maul. Handy-Gamer wechselt die ganze Zeit seine Kappe. Er ist ein Gangster. Er darf das. Wo lag denn da? Sehr 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 brutal amordet in Electricals. Einfach durchgeschnitten. Einfach am Stromkasten liegen gelassen. Da ist auch ein Tüter drin in der Lobby, ne? Ach Digger, wer hackt hier? als mauer verändert und soll sich keine spaß ja ist so warum hältst du überhaupt in morgens ist halt echt so alter ich war sogar der hat schon öfters mal was bist du denn für ein anderer hä wenn ein Handy Gamer Imposter ist warum soll er denn nein ich muss sie das sagen der ist ein Hacker das ist gemeinsam ganz kurz mal kurz im Merchants Team Meeting ja mach ich mal dann pass auf pass auf im Merchants Team Meeting und jetzt direkt 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 oben hin und kicken direkt kicken winden 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 der Handy Gamer Kicken kicken bitte cheatsquart.de auf die auf auf die seite guck ich jetzt erstmal so auf die seite kicken ne ne habt ihr den schon aus dem Teamspeaker kicken ja ja das ist die Map die nur Hulu will eigentlich spielen aber egal guck mal einfach weil ich keinen Bock auf die Map hab ich darf nicht einchecken weil ich kein Orangensaft weil ich Orangensaft verschüttet wurde rot hat mich nicht rot hat mich nicht rot hat ihn vor mir gekillt seid ihr dumm seid ihr dumm wie da ein Hacker drin alter Ghost Hans hol dem erstmal ne Familie und zweitens ist hier ein Hacker drin du Trottel es ist Tobi er ist so schlecht er killt ihn ich lauf ihm hinterher euch ist schon klar dass der Killkood noch nicht mal abgenommen hat wer ist hier der Hacker eigentlich ja es muss entweder Angst oder Cookie sein das ist dieser Rice Digger was wieso ich das ist nicht Rice kann ich dir erklären weil wir alle vorhin gerade eben zusammen gespielt haben es ist auch es ist auch ja wir haben alle gemeinsam gespielt hier Asbach Asbach ist der Hacker ey wer hat das gerade gesagt wer hat das gerade gesagt Asbach 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 Junge der Typ sagt die ganze Zeit es hackt irgendwer und und jetzt hat er seinen Spammer angemacht unabsichtlich glaube ich digga was das ist die Krass Junge jeder der das sagt ich hoffe dass du nen Autounfall hast wirklich Digga schaut mal in diesen scheiß Chat rein der Typ Digga was bist du fürn Hurensohn ich mach gar nicht du sagst ich lecker dieser Hurensohn hatte einfach nen Spammer an digga Ja das mit dem Autounfall war ein Spaß was sagt man digga Asbach du Hurensohn Hacker digga Asbach du Hurensohn Hacker digga ich werd dich so zusammen verschlagen digga du bist so ein Schatzhacker Alter ich werd dir in die erste Zahnreihe rausreißen digga du bist so offensichtlich digga du hast deinen Spammer angemacht digga du bist so ein Trottel weißt du das eigentlich Er hat gefühlt einen Spammer und du machst ihn einfach an, du Autist, und willst dann noch erzählen, dass du... Sollte man sagen, wer ein Autist ist? Jemand, der sich Sachen einbildet, du Vollidiot! Ich bilde mir den Chat ein, den man sieht, oder was? Junge, wie wär's, wenn du den einbildest, darfst du dich jetzt aus dem Chat mit verpissen, du Stück Scheiße! Da ist wer getriggert! Ja, die wär' ich so fett! Ja, wie Subrace, ey, Digga. Wer ist Subrace? Echtes Sub. Der echte... Das echte Sandwich ist hier. Wie geht's dir so, mein Stimm-Wiedererkennungs-Profi? Erkennst du den, was? Digga, wie hast du... Als ob du mich erkennst! Als ob... Als ob ich so fame bin und so ne fame Stimme hab', dass man mich erkennt. 100.000 Abos, bro! Hast du früher meine Videos geschaut, oder noch immer, oder? Ja, hab ich geguckt. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Tschüss und bis zum nächsten Mal! H пока! Sonst parasst am